Was ist deine größte Sünde? Gar keine. Du hast keine Sünden. Was ist denn ihre größte Sünde? Meine größte Sünde ist, dass ich rauche, aber mir wurde auch eine Sünde übergegangen. Ich kam als Junge zur Welt, nicht als Mädchen. Yo, was geht ab, Freunde? Wir kommen wieder zu einem neuen Video. Ich befinde mich heute wieder in meiner Lieblingsstadt in Düsseldorf. Und ja, ich frage heute die Passanten, was deren größte Sünde ist. Also, wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran und lasst uns loslegen. Ja, mach's gut. Nein, nein, ich will keine Werbung machen für die. Ich brauche nur ein paar Klamotten. Soll ich das halten oder geht das so? Nein, nein, das geht so. Okay, wo hast du einen gekauft jetzt gerade? Nee, ich hab das abgeholt. Ich geh jetzt nach Hause. Aber du kaufst nicht bei Abercrombie ein, oder? Ja, das ist... Ich hab's online bestellt. Sieht man doch. Woher kommst du? Aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf? Er, jensthaft? Ja, hier. Ich wohne hier. Aus welchem Stadtteil? Hier. Aus der Kö. Aus der Kö? Also bist du reich? Nein. Aber deine Eltern sind reich? Nein. Dein Onkel ist reich? Nein. Man kann doch hier wohnen. Ist doch nichts wein. Wo wohnst du an? Welcher? Also... Am Ende. Am Ende? Ah, beim Aldi? Ja. Krass. Also du hast hier an der Königsallee noch irgendwo ein Aldi gehabt. Das ist... Lidl auch. Lidl auch sogar. Ich hab nur eine kurze Frage an Sie. Was ist Ihre größte Sünde? Wir machen hier eine kleine Umfrage. Oh, gerne. Die Frage lautet, genau. Die Frage lautet, was... Aber ich kann dir schöne Geschichten erzählen. Ja, bitte. Ich war ein Unternehmer und lebe auf der Straße. Ich habe Frau Merkel schon angeschrieben. Die hat mir geschrieben, es soll meine Stadt Düsseldorf werden. Was hat hier mit meinem Betrieb zu tun, den ich in Bottrop gegründet habe? Was ist Ihre größte Sünde gewesen dabei? Einbrüche habe ich gemacht. Einbrüche, ja. Weil ich kein Geld hatte. Ich kam mit der Welt nicht mehr klar. Ich habe Drogen genommen, Alkohol gedrungen. Wo sind Sie eingebrochen? Das letzte Mal am Flughafen. Flughafen. Was ist deine größte Sünde? Gar keine. Du hast keine Sünden? Nö. Na klar. Nein. Warst du schon mal überheblich? Bestimmt, öfters. Wann denn so? Weiß ich nicht. Also da fällt mir jetzt kein Beispiel zu ein, aber nö. Ich habe keine Sünden. Okay. Warst du noch nie abgehoben oder eifersüchtig auf etwas? Ja, das gehört ja immer dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, man kann überall eifersüchtig sein. Freund oder auf der Arbeit. Bist du auch in einer Beziehung? Ja. Und da bist du, warst du jetzt in letzter Zeit irgendwie eifersüchtig auf irgendwas, oder? Ab und zu. Aber ab und zu eifersüchtig zu sein ist ja nicht schlecht. Das zeigt ja auch eine der anderen Personen was. Was zeigt das der anderen Person? Na, das was an dem einen liegt. So eine kleine Eifersucht ist ja gesund. Diese krankhaften Fälle ist ja schon ein bisschen heftiger, ne? Ja, ja. Ja, früher war ich ein bisschen schlimmer drauf, aber jetzt, je älter man wird, ne, desto weiser wird man. Bin schon alt. Du bist schon alt? Ja. Ich würde mal schätzen so 25? Nein, 30. 30. Okay. Aber sonst, wie, also, wie ist es denn, wenn du, warst schon mal auf jemanden richtig wütend und was machst du dann eigentlich? Ja, wirklich. Weil wütend sein, zornig sein ist ja auch eigentlich so eine Todessünde, weißt du? Ja, eigentlich schon, aber man merkt das nicht. Geht es so Richtung Religion? Nee, nee. Ich bin nicht religiös, also nicht wirklich religiös, aber da ist ein dickes Freund. Ja, du bist ab, äh, Religion, hier, Abercrombie, ne? Abercrombie und Fitch. Was ist denn Ihre größte Sünde? Äh, meine größte Sünde ist, dass ich rauche, aber an mir wurde auch eine Sünde begangen. Ich kam als Junge zur Welt, nämlich als Mädchen. Ja, und ich kam als Junge zur Welt, sollte ein Mädchen werden. Ja, okay. Und wie, wie hätten Sie das gerne? Ich wäre gerne ein Mädchen. Also, jetzt auch. Nee, ich wollte immer... Alles klar, Mann! Ich wollte ein Junge bleiben. Ich wollte auch ein Junge bleiben. Aber ich bin als Mädchen, aber meine Eltern wollten ein Mädchen. Mein Papa hat extra die Socken beim Sex angelassen, weil bei uns im Ruhrgebiet sagt man, wenn man die Socken beim Sex anlässt, dann gibt es ein Mädchen. Garantiert. Mein Vater hat sogar drei Paar angezogen, ich bin leider ein Junge geworden. Da haben wir dieser Zentimeter gewachsen. Krass. Und heute gehen Sie als Weihnachtsmann. Da musste ich bis... Wie lange kennt ihr euch schon? Gar nicht. Gerade kennengelernt? Ja, gerade auf der Straße angeregt. Komm, ich will einmal eine Umarmung sehen von euch beiden, weil... Ihr habt echt krasse Storys. Das ist doch schön, ey. Das ist ein gutes Schlusswort, okay. Lieber diesen Menschen, ne? Ich kenn ja den gar nicht. Der hat mich auch nicht. Ja, egal. Aber der hat mich sehr sympathisch. Hauptsache Liebe geben und dann... Warum denn Krieg machen? Warum Krieg machen? Warum Krieg machen? Ich war immer gegen Krieg. Ja. Und wann waren Sie das letzte Mal so richtig wütend? Haben Sie da so? Jeden Tag. Äh, ich bin nie wütend. Nein, überhaupt nicht. Ja. Es heißt ja in der Bibel, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ja. Wenn einer zu mir böse ist, sage ich ihm das, dass er böse zu mir war und wenn er sich nicht ändert, habe ich ihn trotzdem lieb. Aber was hast du für Schuhgürst du nicht mehr von 1,8? 9,40. Boah, aber wo kriegst du dann die Boote her? Ja, die Boote kaufe ich mir einfach. 9,47 gibt die Schuhe einfach? Und 6,47 hört er laufen, oder? Ja, äh, im Internet gibt es Läden für große Damen Schuhe. Also du kannst jetzt hier nicht in ein normales Schuhgeschäft gehen? Nein, keine Chance. Sondern ein Fertigung. Muss ich nach Freden. Kostet das dann so? Die haben komischerweise gar nicht so viel gekostet. Die waren nicht mal 100 Euro. Hältst du das immer so? Nein, ich muss das nur irgendwie ein bisschen tragen, weil ich habe meine Tasche voll, ich habe Tee gekauft, jede Menge. Was trägt denn so eine Frau in der Tasche eigentlich? Das würde mich echt interessieren. Ich habe jetzt Tee gekauft und da ist nur Platz für diesen Tee. Und Portemonnaie. Wie man sieht. Okay, was noch so? Sonst ist da nichts drin. Ich komme von so einem. Sie hat Angst, dass ich irgendwas stele. Nein, nein, da ist ein bisschen Handcreme, ein Lippenstift und das war's. Also wenn irgendwas noch ansteht, dann kannst du dich halt noch, dann wärst du noch so. Nee, nee, also wenn ich hier von zu Hause rausgehe, dann ist egal. Hier ist ja Douglas, kannst du direkt da rein. Ich parfümiere hier. Wie gehen die hier nirgendwo rein? Groß? Zwei Meter, wenn man das ja abrundet. Also zwei Meter. Weil ich bin 1,380, ich muss noch hochgucken. Hier ist die Freistaat. Zwei Meter ist schon eine Herausforderung hier. Schuhgröße. Also der Mann hat nicht leicht im Leben. Der hat nicht viel Geld und braucht Spezialschuhe. Es wäre nicht schlimm, wenn ich mit zwei Meter eine Schuhgröße wie 39 hätte oder so zum Beispiel. Jetzt sagst du mal die Krankenkasse vielleicht Schuhe. Nee, auch nicht, ne? Nee, dafür müssten meine Füße extrem kaputt sein. Ja, du kannst doch sagen, die tun weh. Dann weiß ja keiner. Weiß ja keiner. Nee, ne? Also auch wenn du hier wohnst, du gehst hier nicht shoppen irgendwo? Nee. Außer bei der Bekombi, ne? Online-Shopping, nur online. Aber da ich nie da bin, habe ich das nach Hause bestellt. Nicht nach Hause bestellt, sondern da drüben in den Laden, deswegen. Guck doch mal. Aber das gehört ja, das ist auch eine Sünde. Shoppen, ne? Geld ausgeben und shoppen, ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Das ist wirklich eine Sünde. Wenn man keine Kohle mehr hat und trotzdem sie weiter ausgibt, ist schlecht. Also wie viel Euro hast du im letzten Monat ausgegeben? Ja, letzten Monat war nicht so viel, aber dafür diesen. Ich habe aber für Mama was gekauft. Ungefähr so, hast du eine Zahl? Weiß ich nicht. Da geht bestimmt ein halber Tausender bis Tausend drauf. Okay, und jetzt Weihnachten jetzt wahrscheinlich nochmal? Nee, nee. Sparen? Nein, ein Geschenk für meine Schwester brauche ich, aber sonst brauche ich nichts. Was kriegst du zu Weihnachten so? Gar nichts. Ich erwarte auch nichts. Ja, wir feiern kein Weihnachten. Yo, Freunde, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ja, Leute, heute war ein bisschen ein ernsteres Thema, aber wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Und ja, bis dahin. Und ja, bis dahin.